Ich lerne Deutsch. Nummer 1507. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wer hat noch Verbesserungsvorschläge? Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Bar noch leer. Auf der Theke steht nur ein Glas Bier. Zu diesem Zeitpunkt ist die Bar noch leer. Auf der Theke steht nur ein Glas Bier. Petra tauscht alle Glühbirnen im Haus gegen Energiesparlampen aus. Ich kleide mich modisch. Die Frauen lieben es. Ich kleide mich modisch. Die Frauen lieben es. Ich bin gleich fertig. Dann komme ich direkt zu dir. Mein Freund wohnt weit entfernt und besucht mich an jedem Wochenende. Heute ist Samstag. Mein Freund wohnt weit entfernt und besucht mich an jedem Wochenende. Heute ist Samstag. Mein Freund wohnt weit entfernt und besucht mich an jedem Wochenende. Heute ist Samstag. Unser erstes Kind ist ein Mädchen. Ihr Name ist Rosalie. Die Katze schließt die Augen und genießt es, wenn ich sie bürste. Die Katze schließt die Augen und genießt es, wenn ich sie bürste. Es wird wohl noch ein paar Monate dauern, bis wir endlich in unser neues Zuhause einziehen können. Legst du noch einige Würstchen auf den Grill? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich befinde mich in Quarantäne und darf daher das Haus nicht verlassen. Ich befinde mich in Quarantäne und darf daher das Haus nicht verlassen. Wir haben noch Zeit bis zum Abflug. Was sollen wir bis dahin tun? Ich pflege meinen Bart selbst. Dafür nehme ich mir viel Zeit. Wann geht es endlich los? Warum müssen wir so lange im Auto warten? Wann geht es endlich los? Warum müssen wir so lange im Auto warten? Wann geht es endlich los? Wann geht es endlich los? Warum müssen wir so lange im Auto warten? Die meisten Reparaturen an meinem Motorrad kann ich selbst durchführen. Nur bei der Elektronik brauche ich Hilfe. Ich suche die nächste Apotheke, weil ich Tabletten gegen Kopfschmerzen brauche. Ich suche die nächste Apotheke, weil ich Tabletten gegen Kopfschmerzen brauche. Der Verzehr eines Apfels ist in jedem Fall gut für die Gesundheit. Mein Bruder und ich begannen unsere kreative Karriere gemeinsam am Küchentisch. Mein Bruder und ich begannen unsere kreative Karriere gemeinsam am Küchentisch. Leider muss ich das Gespräch beenden, weil John hereinkommt und ich ihn gerne begrüßen möchte. Leider muss ich das Gespräch beenden, weil John hereinkommt und ich ihn gerne begrüßen möchte. Leider muss ich das Gespräch beenden, weil John hereinkommt und ich ihn gerne begrüßen möchte. Unsere persönliche Situation hat sich deutlich verbessert. Unsere persönliche Situation hat sich deutlich verbessert. Wir haben wieder gemeinsame Interessen. Willkommen beim besten Start-up der Welt. Wir lösen Probleme an der Wurzel. Wir lösen Probleme an der Wurzel. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. Untertitelung des ZDF für funk, 2017